Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und es reicht. Schluss jetzt. Jetzt wird Tacheles gemacht. Ich stelle mich als Versuchskaninchen zur Verfügung für die Dinge, für die sich andere vielleicht nicht zur Verfügung stellen wollen oder die sie sich nicht trauen. Und gerade bei Bodybuildern, ja, da ist das wortwörtlich zu nehmen. Denn während man sonst Versuchskaninchen ist, für unangenehme Versuche in einem Labor irgendwo Medikamente testen muss oder sonst irgendetwas oder eine Stromschocktherapie bekommt, bekomme ich das Schlimmste für einen Bodybuilder. Aber warum traut ihr euch da draußen nicht mal etwas abseits des Pfades euch zu bewegen? Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, warum ich mich das 20 Jahre lang selten getraut habe, aber einfach tun musste und immer nur zähneknirschend akzeptiert habe, weil wir keine Gains verpassen wollen und Angst haben, dass alles hin ist. Und genau deswegen versuchen wir uns immer an das zu orientieren, was für die meisten klappt. Und deswegen seid ihr auf YouTube, deswegen sucht ihr alle nach dem heiligen Gral und dem, was natürlich bei den meisten am besten funktioniert. Und hofft, dass das bei euch auch so ist. Wenn es dann heißt, hier, probiert doch mal was ganz anderes aus. Angenommen, ihr seid Leute, die zwei- bis dreimal die Woche den Muskel trainieren, Ganzkörper- oder Zweiersplit, wisst von BroZap und Co., Genauso sollte man es machen. Dann dazu überzugehen, das nur einmal zu machen und das doch wesentlich härter und davor und danach Trainingspause zu lassen, ist für viele ein zu großer Schritt. Dann guckt man sich lieber noch 10 YouTube-Videos an. Oder von vielen Wiederholungen auf wenige zu gehen. Von Kraftbereich auf einen, ja, kardiovaskulären Bereich und so weiter. Und deswegen mache genau ich das nun. Ich werde mit euch ein kleines Experiment wagen, auch wenn ich natürlich weiß, dass es hier um eine Studie geht, die, nun ja, mehr als subjektiv ist. Denn es ist nur für meinen Körper und wir sehen, was mit einem Körper wie diesem geschieht. Ihr wisst, wie ich bisher trainiert habe. Es gibt Dutzende von Trainingsvideos da draußen, wo ihr das sehen könnt. Das heißt, wir können davon ausgehen, wenn jemand mit 25 Jahren Trainingserfahrung diesen Körper auf die Art aufgebaut hat, was passiert, wenn? Und ja, es hat sicherlich etwas irgendwo Interessantes. Denn ihr werdet dieses Training natürlich auch verfolgen. Aber man darf es auch nicht zu ernst nehmen, denn es ist letzten Endes nur eine Anzahl von Probanden 1. Bisschen unglücklich. Und natürlich nur mit dieser individuellen Ausrichtung. Am liebsten würde ich das mit euch allen machen, mit 5000 Leuten machen. Aber das ist natürlich schwer und erst recht unter keinen Laborbedingungen, was die Ernährung angeht und alles andere. Aber was ich zumindest tun werde, wie gesagt, ich werde euch mitnehmen auf diese Reise. Das bedeutet, ich zeige euch, wenn wir uns einmal dafür entschieden haben, und das werdet ihr sein, erfahrt ihr später noch, wie ihr das macht, wie ich trainieren soll. Ich werde euch mitnehmen zum Training und euch zumindest jede Muskelgruppe einmal gezeigt haben. So in der ersten Woche und natürlich dann auch in der letzten Woche. Denn das gehört ja auch dazu, wenn ich jetzt etwas ausprobiere, meine ich nicht für eine Trainingseinheit. Wir wissen, dass das kein Ausprobieren ist. Ich mache es für die kürzeste Zeit, wo man überhaupt vielleicht von Ausprobieren sprechen kann, für sechs Wochen. Vielleicht vier Wochen manchmal. Aber ja, es wird das Mindeste dann sein. Und dann gucken wir mal einfach, was für ein Resümee da ist. Aber ich zeige euch das Traininglist dahin, in der ersten Woche und in der letzten. Nehme euch dahin mit. Die Trainingsplangestaltung natürlich, aber auch so ein bisschen die Ernährung dazwischen, die Supplements, die ich nehme. Sodass ihr zumindest alles drumherum bekommt und dann gibt es ein Fazit am Ende. Sodass ihr vielleicht ein bisschen inspiriert werdet, das selbst zu machen. Sodass ihr vielleicht denkt, oh, das würde mir auch Spaß machen. Ich mache es mal genau so. Ich probiere es zumindest aus. Denn dazu kann ich nur jedem raten, probiert, solange es geht. Und auch gerade in jungen Jahren, wo ihr keine Geduld habt, wo ihr möglichst morgen mit der starken Brust am Strand rumlaufen wollt. Trotzdem werdet ihr dankbar dafür sein, alles ausprobiert zu haben. Und das lohnt sich sogar mehr in jungen Jahren, in den ersten Trainingsjahren. Auch wenn man da natürlich die optimalen Ergebnisse haben möchte, als in den späteren. Warum? In den ersten werdet ihr, egal was ihr macht, irgendwie Gains aufbauen. Als ich noch 60 Kilo Lappen war, da hätte ich Liegestütz machen können und hätte aufgebaut. Da gab es kein richtig und ein falsch. Da hätte ich Steine hochheben können und hätte davon Schulterwachstum bekommen. Also insofern wagt es euch dann eher was zu machen. Dadurch kann man natürlich auch etwas schlechter evaluieren. Aber ihr lernt euren Körper bereits kennen. Ich habe mir nun sechs verschiedene Systeme ausgedacht, nachdem ich mal trainieren kann. Die teilweise sogar enorm ins Gegenteil gehen von dem, was ich hier immer von mir gebe. Und da wird es mehr interessant, wie wird sich der Körper ändern? Wie reagiert er darauf? Oder was habe ich auch für ein Resümee, wenn es um meine Energie geht, meine Motivation und so weiter? Wenn ihr das Ganze schon interessant findet, könnt ihr jetzt schon ein Like da lassen und natürlich in die Kommentare hämmern. Solltet ihr etwas Bestimmtes im Sinn haben, wo ihr denkt, das muss der Gotti mal machen. Auch dann schreibt es in die Kommentare. Ich habe jetzt natürlich sechs Vorschläge und da könnt ihr abstimmen auf zwei Plattformen. Einmal hier auf YouTube und einmal auf Instagram. Aber, auf Instagram wahrscheinlich in den Storys, oder? Das weiß ich noch nicht ganz. Aber dennoch ist es vielleicht ganz interessant, wenn ihr ganz neue Systeme habt. Etwas, woran ich nicht gedacht habe. Schreibt es in die Kommentare und vielleicht tue ich es mal einfach dazu. Und dann starte ich schon alsbald, vielleicht in der nächsten Woche damit, sobald ihr abgestimmt habt. Aber natürlich wird es noch weiterhin die ganz normalen Videos auf diesem Kanal geben, wo ich immer wieder ganz normal einfach nur über bestimmte Übungen spreche, Ernährungstipps gebe. Ich weiß, Ernährung kommt zu kurz und muss viel mehr gemacht werden. Auch mal abnehmen oder dergleichen. Also es geht noch mal weiter, aber es wird eine Serie und eine Playlist dazu geben für die einzelnen Trainingssysteme. Und das werde ich zumindest bis Ende des Jahres durchziehen. So, und jetzt kommen wir auch schon zu den verschiedenen Varianten. Abstimmen könnt ihr alle hier auf dem Kanal in dem Community-Tab. Da findet ihr einen Post mit der Abstimmung. Selbst wenn es nicht der neueste sein sollte, dann scrollt notfalls ein bisschen runter. Aber ich glaube, der ist immer oben angepinnt. Und da könnt ihr dann eure Stimme hinterlassen. Jetzt stelle ich das erst mal vor. Wer generell mal sehen möchte, was ich überhaupt schon für einen Erfahrungsschatz habe, wenn es darum geht, verschiedene Trainingssysteme auszuprobieren, der schaut sich gerne mal dieses Video hier an, gerne danach. Und dann seht ihr mal, was ich überhaupt schon ausprobiert habe. Das heißt, auf was Neues werde ich höchstwahrscheinlich nicht stoßen. Aber, ich muss zugeben, das habe ich schon einige Jahre jetzt nicht mehr gemacht. Man pendelt sich ein und das war's. Ich bin selbst gespannt, wie mein Körper jetzt reagiert. Ich bin schon jenseits der 40. Muss mal gucken, was das überhaupt dann noch mit sich bringt und ob dann irgendwie sich die Muskeln halten, weniger werden oder mehr. Das ist ja letzten Endes das, was wir wissen wollen. Das erste System wäre, und das ist gerade eben der Widerspruch, wer schon länger auf dem Kanal ist, der wird jetzt grinsen. Ich trainiere den Muskel zweimal die Woche. Ja, dann kriegt er mich dazu. Für ganze sechs Wochen werde ich irgendwie versuchen, meine Gewohnheiten da reinzupressen. Und das ist schwerer, als ihr denkt. Auch dazu wird es dann entsprechend ein Vlog dazu geben, wo ich mich mal nochmal darüber auskotze oder wo ich vielleicht davon berichte, dass ich gar nicht gedacht hätte, dass es so gut läuft. Ich muss einiges umstellen. Ich kann nicht mehr ganz so hart trainieren. Und wie ich das Ganze angehe, werdet ihr dann auch in den ersten Videos erfahren. Wie kommt man von dem Training, das ich jetzt habe und das alles andere als möglich ist, zweimal die Woche zu machen, darauf. Dann das Zweite. Ein High-Volume-Training. Mit High-Volume meine ich wirklich, wir übertreiben es ein bisschen. Ganz bewusst auch da. Ich sage als Trainer, mach das nicht. Für den breiten Korridor. Das wird den wenigsten was bringen. Jetzt werde ich es aber mal ausprobieren. High-Volume bedeutet ganz konkret, ich werde 20 Sätze für die Brust oder auch für die Schultern machen. Das ist enorm, weil im Moment mache ich nur etwas weniger als die Hälfte. Ich werde 30 Sätze für den Rücken und für die Beine machen. Ich werde 15 Sätze für den Bizeps und Trizeps machen. Und wenn ich sage und, dann meine ich nicht für beide zusammen. Das heißt wirklich 15 Sätze nur für den Bizeps und 15 Sätze nur für den Trizeps. Wie ich das aufsplitte, ob dann ein-, zweimal die Woche, das steht hier auf einem ganz anderen Blatt. Da muss ich mich noch für entscheiden. Aber ich werde ordentlich Volumen reinballern. Und auch das habe ich in der Form, glaube ich, noch nie gemacht. Die Nummer 3. Ich werde jeden Tag spontan trainieren. Das heißt, ein ganz anderes Trainingssystem, nämlich gar kein System. Ich werde spontan einen Muskel einfach nur reizen. Es geht nur darum, einen Reiz zu setzen. Ich gehe rein und ja, ich werde hart trainieren und ich werde alles geben und ich werde den Muskel fühlen. Ich werde einen Pump haben. Aber es gibt keinen Trainingsplan. Es gibt keine dadurch evaluierbare Verbesserung, dass ich wirklich weiß, okay, Bankdrücken habe ich letzte Woche das gemacht und diese Woche mache ich das. Und nächste Woche will ich das machen. Nein, ich trainiere so, dass ich die Brust gereizt habe. Und dann können das auch mal mehr Übungen und weniger und mehr Sätze und weniger sein. Ganz spontan, aber, und das ist auch ganz wichtig, jeden einzelnen Tag. Und das kann sogar ganz durcheinander gehen. Es kann sein, dass ich dadurch plötzlich nach drei Tagen die Beine wieder ein bisschen trainiere. Vielleicht nur den Quadrizeps. Weil ich merke, der kann gerade wieder was vertragen. Am nächsten Tag mache ich dann Brust und Bizeps. Die braucht dann ein bisschen, um sich zu erholen. Aber dann mache ich zwei Tage später nochmal den Bizeps, aber dafür mit Trizeps und so weiter. Ich gehe wirklich danach, wonach fühle ich mich heute? Welchen Muskel möchte ich am ehesten reizen? Wo habe ich das Gefühl, der braucht wieder was? Und dann auch, wie ich den reize, ist spontan. Also völliges, random will ich nicht sagen, spontanes Training. Weil dabei werde ich mir schon was denken und werde jetzt nicht alle Regeln über den Haufen werfen. Sicherlich auch mal ganz interessant. Bringt das was? Weil das ist natürlich auch sehr viel Formsache und Spaßsache, wie man dann trainiert. Nummer vier. Ein High-Rep-Training. Ein Hochwiederholungstraining. Hier geht es nicht darum, dass ich viel Volumen reinhaue, obwohl es auch irgendwo natürlich Volumen sind, wenn wir die Wiederholung aneinanderreihen. Aber ich werde vor allem im hohen Wiederholungsbereich trainieren. Nichts unter zehn. Und wer mich kennt, weiß, dass ich hauptsächlich mein ganzes Leben lang, 25 Jahre, im Bereich zwischen sechs und zehn Wiederholungen, davor sogar viele Male, ein Drittel des Jahres zwischen fünf und acht Wiederholungen trainiert habe. Zwar auch nicht darunter, keine Max-Raps oder so, aber schon deutlich im Kraftbereich. Und durch das umgekehrte Pyramidentraining sogar mit Priorität auf den Kraftanteil. Hier wird es so sein, dass ich nun auf zehn Wiederholungen runtergehe, im wirklich schlimmsten Fall, im härtesten Fall, aber auf 30 hoch. Alles wird sich um die 20 stattfinden. Und das ist sicherlich eine harte Sache für den Muskel. Der muss sich enorm umgewöhnen. Und meine letzte Erfahrung damit, das habe ich schon mal gemacht, war, dass ich ordentlich Pump habe, aber sehr weit einschrumpfe. Und meine Muskeln sich irgendwie dann dauerschlapp anfühlen. Mal sehen, ob das immer noch so ist. Da werde ich froh sein, wenn die vier bis sechs Wochen vorbei sind. Dann die Nummer fünf. Das passende Video dazu findet ihr da. Ihr wisst, was ich davon halte. Aber hier werde ich mal ganz bewusst versuchen, und das ist vor allem Kopfkrieg bei mir. Da muss ich mich enorm umgewöhnen und immer wieder auf die Finger hauen. Ich werde versuchen, Raps in Reserve zu lassen. Und zwar nicht nur ein oder zwei. Dann wäre ich ziemlich nah dran. Nee, zwei bis drei. Das ist das Minimum. Das heißt, nie bis zum Ende gehen. Wie wird sich mein Körper verändern? Mein Körper ist es gewohnt, geschlachtet zu werden im Training. Und jetzt kann er locker, entspannt durchziehen. Zwar mit Gewicht. Ja, mit Ehrgeiz. Es ist ja nicht so, dass es nicht unbedingt hart ist. Aber wir wissen auch, dass die letzten zwei, drei Wiederholungen und das bis zum Muskelversagen, das macht's aus. Das macht euer ZNS fertig. Werde ich das im Alter besser können? Werde ich sogar dadurch besser regenerieren? Wachsen? Oder ist der Muskel unterfordert? Sicherlich auch sehr interessant. Und das wird dann natürlich auch dafür zweimal die Woche stattfinden. Das heißt, wir kombinieren es mit dem ersten Training, mit dem ersten Vorschlag, zweimal die Woche mit Reps in Reserve. Und das letzte, weil erstmal möchte ich nicht zu viel zur Auswahl geben, die Nummer sechs ist nur eine Übung pro Muskel. Das Training geht auch in Richtung spontan. Denn es muss nicht sein, dass das die gleiche Übung in den ganzen sechs Wochen bleibt. Aber ich werde zum Beispiel für die Brust vielleicht nur Kurzhantelbankdrücken machen. Dafür dann zehn bis zwölf Sätze. Aber das war's. Kein dreidimensionales Training und viele andere Übungen noch, die damit kombiniert werden. Für den Bizeps nur zehn Sätze SZ-Kürz. Schluss. Für den Rücken müsste man sich was einfallen lassen, weil das sind natürlich viele Muskeln. Aber ich werde auch da etwas finden müssen. Das schließt natürlich an so ein bisschen dem Video an, das ich gemacht habe. Wenn es nur eine Übung gäbe pro Muskel, dann nun ja. Und da muss ich dann so ziemlich danach gehen. Das ist sicherlich auch interessant. Ich wette, manche von euch, die das gerne verfolgen, werden sich jetzt denken, oh Mist, ich möchte alles. Und es ist der Sinn, dass ich nicht nur eins mache, sondern danach wird direkt das nächste gewählt. Das heißt, ihr könnt die Wahl immer weiter beeinflussen, während dieser Kanal auch wächst. Ich werde die nächsten sechs Wochen nun das machen, was als erstes gewählt wird, aber dann die Nummer zwei, die drei, die vier, die fünf, die sechs oder auf eure Vorschläge eingehen. Ich hoffe, diese Idee gefällt euch. Und wenn ja, schreibt mir was dazu, lasst mir ein Like da. Und dann werden von diesen Systemen auch die verschiedenen Trainings-Playlists gemacht, sodass ihr auf meinem Kanal auch alles Mögliche dazu findet. Jetzt geht in die Community-Section und betätigt direkt eure Wahl und das, was ihr sehen möchtet. Und dann wird das eine Randerscheinung an diesem Kanal in den nächsten sechs Wochen sein. Ich bin gespannt, was ihr von dieser Idee haltet. Und ich bin sehr gespannt, wie ich auf die verschiedenen Trainingsarten reagiere. Ich wüsste gar nicht, welche ich jetzt davon wählen soll. Es ist eine Mischung aus Neugier und tatsächlich Angst. Und wer von euch grundsätzlich einmal einen neuen Trainingsplan für sich aufbauen und entdecken möchte, der findet hier eine optimale Anleitung für zum Beispiel einen Vierer-Split. Das ist der Optimum-Split, den ich bisher benutzt habe. Da findet ihr die optimale Anleitung dafür. Ansonsten bleibt euch jetzt nur übrig. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch bloß nicht die ganze Serie. Und schaut mal gerne bei Protein Arena vorbei, wenn ihr das nächste Mal ein paar Supplements einkaufen wollt und spart auch noch 15%. Das war's von mir. Bis bald, euer Gotti.